Coole Fire & Ice Action von Playmobil. Mit den vier neuen Disc-Shootern. Zuerst bis zu drei Discs einlegen. Zielscheiben aufstellen. Und dann kann es losgehen. Feuer frei! Yeah, getroffen! Punkte gibt es für das Abräumen der Zielscheiben. Je nach Größe 5 oder 10. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Nochmal 5 Punkte für Frosty. Treffer für Firebot. Die Disc-Shooter von Playmobil.